5.000 Jahre später. 3, 2, 1. Peace out! Heute werden wir auf etwas Reaction. Wir werden von Season X oder von Season 10 die meisten Kills, also mal gucken, wer die meisten Kills gemacht hat, wie viel die Kills waren. Und ja Leute, da werden wir heute einfach mal ein bisschen so gucken, was ich ja schon in meinem Instagram Livestream schon gesagt habe. Ja, aber wir machen das heute natürlich nicht alleine mit der weiße liebe Lukas. Oder hat er gesagt Lukas? Ja Leute, und der Luca hat sich die gleichen Videos rausgesucht, die wir zwei gucken werden. Also der Luca hat genau gerade das gleiche Video, das ich gerade gucke. Und ja, wir werden dann, wenn das Video endet, eher gesagt zwischendurch mal Stopp machen und dann sagen, wie das halt war und so. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, wir fangen jetzt das direkt an. Okay, Lukas hält es runter, dann fangen wir an, okay? Los. Ja, ja. Ja, ja. Oh, der war gut. Der spielt auf Xbox. Ich glaube, das ist mir jetzt alles gerade aufgefallen. Oh. Oh. Ja. ja ja der wollte jetzt jeden das video eigentlich glaube ich ich habe das video nicht vorgeguckt ich weiß nicht was da passiert ob das stört oder so besonders nicht geguckt ich gucke eigentlich nicht so was aber einfach mal gucken eigentlich ja eigentlich großkopf war wirklich so ein cool aus dem modus du hast du weißt ja pappbunny hat da nicht so viel finde ich ja der 13 war mir oder der 13 ja immer erst mit der skada red gold da sieht man auch die spielweise die er macht was war der kirk also acht pilz wo warte sorry mein kontroller kommt man schon ein bisschen mehr drin mein kill rekord war glaube ich sechs kills und noch ein win dazu also der erste jahre also der ne ja ein mann solo und einem burs also wenn du es mein freund habe ich acht und solo habe ich sechs ja ich auch mit wurs ja finde ich auch ja er ist wirklich besser als wir ja ist wirklich so ich finde die neue pforte hat mein bauch ein bisschen besser ja da hast du recht das wirklich so ja und das ist lieber fisch das weg vom fenster und als er hat wirklich noch so ein fenster reingemacht zum weg vom wind sondern macht und wenn man sich auch nicht mehr so gut ja 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 Ja. Ja. Alter. Ich hab auch mal in Season 1 gespielt. Also nicht schon in Season 1 vor, sondern in Season 1 jetzt. Und da war ich so im Endspiel. Und da ist so ein Typ irgendwo runtergespielt. Ich hab einfach geschockt und hab mir ein Headshot gegeben. Alles klar. Äh, was lacht das und so grad? Mehr schon weiter, du? Ich hab ja gar nicht. Mehr, glaub ich, 18. Ich seh nur ne 1. Ein bisschen verpackt. Was hieß das schmeckt? Okay. Leute, tut mir leid, muss ich grad ein bisschen die Kamera rüchten. Ging gerade. Ja, oh. Ist wirklich so. Ja ne, das war Season, Season 10. Season X. Also das heißt, der konnte doch gar nicht reinwerfen. Ach so. Ja ja, das ja. Ja ja. Wenn man die Granaten da rüchten dann fliegen. Ich mein ja so mit der Hand. Das ist ja erst in Season 11. Äh, Season 1. Guck mal vor. Ja, kenn ich. Und, äh, ich mein, hast du schon, äh, den Juicer mit deinem Headshot? LOL. Ups, tut mir leid, Leute. Tut mir leid, Leute, ich muss den Controller mal woanders hinlegen. So. Zumindest die, die Kamera ist ein bisschen kaputt, der Ständer. Also das heißt, er rutscht man schon ein bisschen runter. Ich muss das mal zwischendurch ein bisschen richten, die Kamera, Leute. Und dann sieht er trotzdem noch viel. Das ist schon ein bisschen ausgelockert, der Kamera. Kopf. Boah, Junge, wie schöne Worte, Junge. Übertrieben hart, schnell. Tschüss. Bei mir auch. Leute. Achtung. Jetzt, bei mir 16. Alter, krass. Krass, krass. Krass, krass. Krass, krass. es war ganz schnell zu editiert wie schnell es geht bei mir leben noch 16 leute aber mit ihm da konnte man auch richtig schnell bombing das update jetzt neue update kann man jetzt nicht so schnell überbauen ja ich auch aber nicht mal so schnell wie ich früher konnte der gegner realisiert dass man gar nichts bei mir noch bei mir ist gerade 9 minuten 42 bei mir auch wenn wir auch bei mir machte ja er wird geholt aber es ja ja fertig was ich gehe wieder auf kreis da das steht angeblich 40 kills hat er angeblich aber leute krass ja okay wir machen jetzt das nächste video raus und dann würde ich sagen bis klar okay leute wir haben das nächste video rausgesucht ja mit den 50 kills da stehen wo ich gerade drauf bin okay der zeit wieder runter der liebe lukas ja warte kurz ja der labert da das habe ich schon mit die leute im live-team ein bisschen angeguckt der labert da ist mal richtig lange machen lassen andere figuren der labert da ist noch 50 50 stunden lassen das zwei weiter zwei weiter 30 kills solo quats and controller sie sind x wort mal also meinst du es 36 kills in season x wort great der nico w okay komm lass lass das angucken ist er wieder runter warte bei mir ist werbung ich glaube bei mir ist werbung ja okay ich hoffe dass es wird was okay jetzt herunter ja ich mir egal leute und wenn ihr wollt am ende machen wir auch noch mal so ein also wir machen und ich bin so lang mag ich auf cut und dann nachher mache ich das auch so wie er wie das aufzeichnen wie wir gespielt haben luka soll mir das dann machen luka soll mir das dann machen dass wir gleich halt also nach paar videos oder das ist das zweite dass wir vielleicht noch ein video angucken und danach vielleicht noch so zwei drei runden spielen das dann aufzeichen also ich dann aufzeichen wie wir gespielt haben zum vergleich machen wir leute ja bei mir hängt es kaum jetzt bei mir eine minute 21 das video wird ein bisschen länger gehen wir haben jetzt gerade 15 minuten 2 sekunden 15 minuten 2 sekunden 15 minuten 2 sekunden 3 sekunden 3 spray ja auch jetzt Ja, bei mir auch. halt dann roboter ja der überdreht erst mal ganz er hat den season 10 diesen x die klingel den habe ich auch es hießen sieben habe ich glaube ich kann mir geholt hatte ich auch noch kein mittel kostet der beste mit diesen acht oder sie sind meine bettel passt gekauft ich meine auch sie so neun hat sich als bettel passt wenn überhaupt diesen 10 glaube ich auch dass mir die bettel passt gekauft ich habe diesen 10 skins nein da bin ich ich glaube da bin ich stufe 60 18 ja mal Oh Gott, mein Gott. Oh, das ist ein bisschen so schön. Oh, es ist ein bisschen so schön. Oh, der ist ein bisschen ... Ja. laser also leute so müsste man mal spielen also spielen könnte manche können das ja 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 also richtig viele können das eigentlich so so gut spielen aber wir sind also wir können nicht so gut spielen ich bin völlig ja ja doch da war ich dabei ja wo du in der zweite runde in epischen holt hast ja ja da war ich dabei waren wir zu ganz die gold haben wir in die gold nein mit mir und so doch das war mit mir und so haben wir alle drei den epischen sieg holt deswegen habe ich ja den hingekleiter in season x weil wir alle drei epischen sieg holt haben nein das war doch doch stimmt sogar mit max ja ich hab dir mit max grüße ich grüße doch mal ganz ehrlich den entschuldigung grüße ich und die lieben max leute und die lieben jimmy und den lieben luke auch wenn er gerade hier ist aber er ist gerade so eine ja bei mir auch die spielte war auch mit der wohnung er da gab es schon die andere pampel ja ja ich hab das jetzt bemerkt er wird geholt was niedergestreckt ja bei mir auch niedergott hochgucken galaxy einversteine ich war es ja ich finde es jetzt das ist eigentlich ganz okay wie das spielt dass der andere was wir zuerst das video angekommen also das erste video war eigentlich mit der daten bisschen besser gespielt als der jetzt ja ja es ist wirklich so irgendwie ist gut auch nicht gut ist wirklich so irgendwie ist das alles 50 zu 50 ja die zonne macht ganz schön druck oh epischen sieg ja oh mein gott oh mein gott oh mein gott ja ok leute jetzt gucken wir noch ein video an und danach machen wir den vergleich mit uns ja ich bin zwei runden machen und zwei runden eintragen so ähm wo warst du noch wo steht das 32 oder 52 und 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 29 21 40 44 45 40 28 23 28 34 34 32 32 45 32 oder was 52 ich bei mir nicht ich bei mir nicht wollen wir nicht einfach das singen dass wir alles auch den lehrer scim wie du hast 45 kills game in fortnite season 9 wir machen jetzt diesen 10 angucken ist egal Leute wir machen einfach auf alles registrieren äh reaction ich sag immer registrieren mann ok ich geh schon mal drauf du hast doch gar nichts zu suchen ach ne ne brauchst gar nichts zu suchen der hat grad so ein gesicht und und der hat halt so gequatscht immer der quatscht halt besonders in ruhe dann machen wir 28 kills on conjola season x fortnite ah ist das 28 ich weiß ich geh schon mal ich guck mal gucken ja ja das ist wieder gut das ist wieder gut da redet nem ehgens keiner also am anfang sieht man auch gar nicht 28 kills on conjola season x fortnite 28 kills on conjola season x fortnite kills on conjola season x fortnite von warte mal kurz von warte mal kurz ok Leute, bin wir da 10 Minuten 58 Sekunden ok 3, 2, 1 ok ja wieder mit xbox controller wie im ersten naja jetzt sind wir fast gleich ich hab das auch gerade ok das letzte Video legt euch auf dem Bett und guckt gechillt das Video ja könnt ihr auch noch was lernen wir und danach spielen wir mal zwei Runden also aber danach mache ich so lange auf Cut und dann nachher machen wir das überzeichnen wie die das machen ja wiederholungsmodus erst spielen wir eine Runde machen wir das wiederholen und dann die zweite Runde und dann wiederholen oder Videoende ja, wissen wir aber wir spielen nicht zwei Runden zum Test haben wir es auch spielen ja also ich bin ein paar runden zwei drei stück aber nur leute zum vergleich wie die spielen wie wir spielen wir machen gerade 29 minuten und vier sekunden schon aufnehmen sollte ja auch noch manche immer nächste runde Okay, er hat wieder einen Kryptoner. Oh, das war mal ein geiler. Ein geiler Hitkorder. Ja, mit mir auch ein bisschen. Und dann noch ein bisschen. Ja, mit mir auch ein bisschen. Ja, mit mir auch ein bisschen. Ja, mit mir auch ein bisschen. Wenn wir noch ein bisschen nehmen. La boire. Ja. Das ist ein bisschen. Oh, ein bisschen Gehirts. Die Annotte macht das auch gut. Warte. Warte mal kurz, Leute. Ich muss Kat... Ja. Warte mal kurz, Leute. Hört mal kurz den Luca. Ähm, ich muss mal kurz meinen Kataruss los. Bis gleich. Ich hörte mal kurz meinen Kataruss los. Ich schleiche mich unter der Kamera vorbei. Vielleicht sieht man mich nicht. Damit ihr noch genug sehen könnt. One, two, three. So, Leute. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich hoffe, ihr habt uns nicht gesehen. Immer noch mal weitergerufen. Ich werde gerade rauslassen. Wir gehen runterkrabbeln. Okay, Leute. Ich werde in der Kamera sitzen. Okay, Leute. Äh, Luca, hörst du mich? Okay. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Oh, das war's noch. Oh, der war gut. Mit Drehung. Der war echt stupid. Warte mal kurz. 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 Jetzt mal ganz. Warte mal kurz. Das war's noch nicht. Ich muss diese Häuser holen. Jo, dann gab es das für seine Dings. Oh, die Drapoline vermisse ich auch ein bisschen. Leute, wie vermisst ihr das Tramponin? Schreibt es in die Kommentare. Also ich 50. Ich 50 Prozent, Leute. Wie viele hier? Ich glaube, es sind die Kommis. Und dann... Ja, die Anzeigen werden auch mancher Dingser-Kids in der Wirklichkeit, sie sind zwei, zwei Millimeter. Was hat der für ein komischen Hänkelkleider, Junge? Äh, voll lustig. Ja, ja, sie sind abhängig, aber doch voll lustig. Immer der für Geräusche. Ja, der gab's im alten Shop. Ja, der gab's im alten Shop. Den gab's im alten Shop. Aber alles wird wieder wie bei der Schulzeit, Leute. Kennt ihr das? Wenn eure Mütter mal sagen so, ja, ähm, ähm, ja, ihr seid, ihr wisst jetzt in der 5. Klasse, aber, äh, von der 4. wird alles wieder wiederholt. Und so ist es auch. Weil ich jetzt von Season 10, wird in Season 11 dann wieder... Also, äh, was alles in Season 10 beim alten Shop, wird das meiste wieder in Season 11 oder Season 1 wieder hervorkommen. Ja, die zwei OG-Skins, die werden, ja, ja, die werden wahrscheinlich nicht so wiederkommen. Irgendwie die. Ja, nächste 5. übernix. Kommt rein, komm rein. Ich... 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 Also, hier bin ich N ОООО- Jaaaa... Jaaaa, jaa, hatte... Jaa, hatte... Hab ich. Aber wo, äh, geht ja auch online kostenlos war, das, äh, casino auf das hat noch keinen bs plus aber welchen bald kaufen naja dann mache ich noch mal ein video dass wir zusammenspielen musst du bist schon mal so ein gta online doch 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 mal was rede ich da doch doch nicht geht nicht gta teil 1 das war ganz normales gta aber das andere habe ich wahrscheinlich ja mit royal ja leute okay gut jetzt starten wir einmal fortnight und dann ja also ich kann ich nicht mehr einladen das ist jetzt kein bach ok warte leute muss gerade noch mal fortnight starten wegen immer wenn ich komischerweise das immer anwendung anhalten dann geht das nicht mehr ich würde sagen heute bis gleich ja wenn wir eine runde gespielt haben dann werde ich das dann im video übertragung halt machen und ja dann wir sagen bis gleich okay leute wir haben kurz in der runde gespielt let's go ja warte kurz muss karten sonst ja wie ich bin gleich noch eine runde das ist klar das ist jetzt halt ohne gesprochen wir haben halt also da wir haben halt nicht gespeuert wir haben halt gesprochen aber das ist halt nicht aufgezeigt worden oder keine ahnung wieso wahrscheinlich habe ich das auch nicht ausgespielt diese runde war gerade ich konnte halt am ende nicht bauen und sieht ja das selbst ich will wie gesagt das ist gleich okay er muss erst mal essen gehen leute die leute ihr könnt ja mal besser schreiben wer besser dann halt spielt wir oder die videos die wir haben angeguckt haben sagt dann wieder hashtag ihr oder hashtag video leute also erst entweder hashtag wir oder hashtag video also das hat der begriff ich mache mal weiter leute sorry mich hat keiner angerufen okay es gewartet das hat das begriff hashtag wir das heißt wir also ich also marcel und luca und hashtag da habe ich erst mal gedacht da wäre was und hashtag also was im durchgang hashtag video ist halt dass wir ihn gerade geguckt haben halt die videos von season 10 von 7 nichts ja entweder hashtag wie oder hashtag video kann ja entscheiden wer besser spielt solle leute mich habe keiner angerufen solle leute mich habe keiner angerufen wir haben halt geredet da aber naja man hat es halt nicht am ende hätte ich den geholt leute aber naja ich habe ja eben schon gesagt das heißt dann kann ich nicht so schnell ein bau menü und so öffnen ja da hat nicht mehr gebaut damit so so Aber ist das gut? Da kam es so schnell baum kurz, da kam direkt der nekstur. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da hat man ein Boot, links da gesehen, das habe ich gar nicht gesehen. Boah, tut mir leid Leute, ich bin immer noch erkennet, aber jetzt geht es wieder, jetzt wusste ich nicht jede 5 Sekunden. Oh, da ist der Luca schon weiter gegangen, das ist auch schon fast Ende, ja. Guck, da habe ich einen versucht zu snipen, ja, ich weiß, ich bin schlecht mit dieser Sniper und snipen, eigentlich sperre ich damit voll gut, aber, naja, da war ich doch nicht in dieser Runde wahrscheinlich so gut damit. Eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich habe ich doch genau auf den gezählt, eigentlich müsste das Ding so, vielleicht hat er auch gehackt, was weiß ich, da guck, da habe ich genau auf den gezählt und ich habe nicht getroffen. Damit diese Bache habe ich dann getroffen und dann hat der Luca gesagt, er braucht Hilfe, da habe ich zu ihm so geguckt, dann war aber er noch so am Campen, da habe ich gesagt, ja, okay, braucht doch keine Hilfe, dann habe ich ihn trotzdem noch gekillt, Leute. Da habe ich zwei Kills, in dieser Runde, zwei Kills, Luca hat natürlich mehr Kills, Luca ist auch ein bisschen besser als ich, das ist verständlich. Da war Gegner, da habe ich erst abgebaut, da war Gegner, da habe ich abgebaut, da hat er wieder euch dran gebaut, da bin ich außen rumgegangen. Leute, und jetzt seht ihr es, guck, guck da, da, ich wollte bauen und er baut, Leute, ich spüre es auch nochmal zurück, da seht ihr es jetzt, ja, ich will, guck mal, da baut er es zu und den Moment, ja, ich will bauen, ich mache das Menü auf, guck mal, wie lange es schon braucht, guck, und dann will ich bauen, zack, habt ihr es gesehen, guck, warte, ja, habt ihr es gesehen, das ist krass, guck doch, da, zack, und dann baut er da eine Wand, obwohl, Leute, ihr habt es gesehen, obwohl, da, da, ich habe da ihn gezeigt, da wo auch die, da, 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 wo auch, ich hätte jetzt auch Dings da blazen können, hier, warte, ich mache es da in dem Moment auch stopp, da, guckt, Leute, habt ihr gesehen, also habt ihr, seht ihr das, hier, da, das hat genau, da wollte ich auch eine Wand bauen, also hier, hier drum wollte ich eine Wand bauen, da wo die Treppe hier aufhört, da wollte ich eine Wand bauen, was auch eigentlich immer klappt, und wo, wo die, da, das hat richtig gesagt, ich hätte jetzt auch das bauen können, da wäre dann wieder ein bisschen eingesperrt gewesen, aber ich wollte halt eine Wand bauen, also mich halt nicht mehr Dings da, und da habe ich sieben, sieben, acht HP, ne, dann wollte ich halt da bauen, und dann baut der da, da baut der, als da, seht ihr es, da, guck, zack, und dann hat er mir halt ein Lucky Headshot gegeben, guck, was haben wir jetzt, zack, und dann zack, zack, bumm, ja, wir sehen, ja, Leute, aber es war halt schon krass, ja, Leute, da seht ihr schon mal, zack, 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 und noch einmal, Leute, vor euch, zack, zack, und zack, ja, schon krass, Leute, schon krass, okay, Leute, wie gesagt, ich warte jetzt noch wieder auf den lieben Luca, jetzt seht ihr noch mal ein Fortnite, dass wir das waren hier, ähm, ja, ich warte jetzt noch mal auf den lieben Luca, Leute, und dann würde ich sagen, bis gleich, wenn wir dann die nächste Runde aufgenommen haben, Leute, bis gleich, okay, Leute, hier sind wir wieder, also, Leute, es hat ein bisschen gedauert, äh, wir haben jetzt mittlerweile 15.17 Uhr, also 3.17 Uhr, ähm, ja, es hat ein bisschen gedauert, der liebe Luca musste noch ein bisschen Hausaufgaben machen, ähm, ja, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, also, ähm, wir haben das jetzt Videoclip wieder gemacht, äh, ja, das war eigentlich eine ganz gute Runde, nur am Ende haben, äh, die zwei Leute gehackt, das seht ihr auch, äh, ja, gesagt, 3 Leute, wenn der kam nachher noch was zu, ja, die haben halt wirklich gehackt, so, und, ja, aber die Aufnahme halt hat nicht direkt aufgenommen, wie so auch immer, guckt, Leute, ihr seht, ich hatte schon eine Waffe, aber ich kann euch noch kurz sagen, ich, wir sind halt gelandet, und, ja, ich hab mir halt, da war dann halt so eine Drohle, da hab ich mir halt die Waffe da, also die Waffe ist dann halt hier rausgekommen, da die, ähm, die blaue da, die ich gerade habe, aber jetzt geht's los. Ab da geht's dann, ab da geht's dann weiter. Das ist halt gerade eben, also da in dem Moment hat er das wirklich, äh, äh, so halt so richtig hart geleckt. Und da in dem Moment ist halt irgendwann auch mal ein Controller ausgegangen. Man sieht, man hört natürlich wieder kein, äh, Sprechen, wie so auch immer. Leute, vielleicht wird das morgen, das Video auch erst morgen rauskommen. Ähm, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich das noch gleich schneiden, ist aber der jetzt nicht so lang. Ich glaub so, ja, 15, 15, 16, 17 Minuten ungefähr so. Nicht lang. Vielleicht werde ich das noch heute noch schneiden. Ich weiß es noch nicht. Ja, Leute hat's halt geleckt. Bei mir und der wie meint er. ich weiß es noch nie. und lukaste kurz mikrofon aus ja hier leute ich habe mich davon ausgezogen und ich wollte mich immer noch schon kann ich noch hat einer gebaut worden der erste gegner da hat der lukaste ja die war also da bedarf es einer angeschossen genau ich weiß nicht wie das gemacht hat wird ihr könnt doch mal reingucken guck mal guck mal moment da habe ich aus dem die seite genommen und die wollte eigentlich nicht weil das nur ganz war guck mal habt ihr gesehen ja pass auf die gesehen guck mal noch in dem moment doch staub ja habt ihr gesehen und der luka kann mich ja nicht entschieden wir waren ja ein team da oben steht ja habt ihr gesehen kratz und oben war auch nichts gut oben war nichts abgebaut das ist komisch das meine ich auch das war schon das ist schon hecker da seht ihr auch die links das ist schon hecker da durch die wand und gehettet das dann hecker und am ende die drei die waren auch hecker dann so richtig hat abgepackt aber der die runde war trotzdem noch gut das waren glaube ich die letzten drei oder so wie gesagt das waren aber wie gesagt hecker und da kommt mir halt auch nichts mehr machen das ist mir wahrscheinlich noch den easy win go easy den epischen sieg zu einer einen ich sie ja sie sie ganz und Leute, eigentlich baue ich mich immer ein, aber da eigentlich, da war ja eh keiner, deswegen da habe ich halt lange kurz den Nubstanz gemacht, ich finde den immer noch ein bisschen geil. Es werden jetzt auch öfter so Videos kommen, das spiele ich, also es werden öfter so jetzt mal Fortnite-Videos wieder kommen, aber Leute, also wenn ich mal wieder richtig gesund bin, wenn wieder ein paar Tage oder ein paar Wochen, keine oder sogar ein paar Monate, keine Videos mehr von mir kommen, dann wisst ihr, es ist nichts passiert. Ja, ich bin halt nur sehr, sehr schwer krank, husten, schnupfen, wenn sogar noch ein Fieber, ja, wenn es so sein konnte, aber man kündigt mal Fieber, Leute, das ist echt selten, bin eigentlich immun gegen so viele Krankheiten, also mindestens habe ich nur Husten, Schnupfen, da bin ich gar nicht immun, da kann man auch nichts machen, es liegt das Wetter daran, oder gegen Kopfschmerzen, kann man nichts machen, aber Fieber, Kiech, eigentlich ganz selten, oder kotzeri, dieser Kiech, alles, alles eigentlich ganz selten, da hat's viel gelegt, da hat's geflückt, direkt die Zone stehen geblieben, sonst wären wir nicht am Arsch gelesen. Hast du mich gerade gerufen? Okay, ja, was ist denn? Oh, sorry, Leute, äh, geht. Oh, sorry, Leute, ich musste kurz ein bisschen vorspulen, tut mir leid, ich bin ausgesehen gerade auf den Kreis, hoffe ich, willkommen. Wartet, Leute, spuk kurz davor. War's da, Leute? Ich weiß, ich weiß, es ist nicht spannend. Was ist, Leute? War jetzt so, ne, ne? Na, ob da war's, ja. So, Leute, geht mir leid. Ja, Leute, ich möchte noch gleich ein Video favorizieren, höchstwahrscheinlich favorizieren. Deswegen werde ich das höchstwahrscheinlich gleich schneiden und das dann noch schön hochladen und dann für morgen auch nochmal vielleicht so ein Video machen. Vielleicht, heute kommt vielleicht noch zwei. Wäre die Entschuldigung, Leute. Mal gucken, wie viel Zeit ich noch heute habe. Erstmal kriege ich wieder ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, moin. Aber nicht so schlimm, Leute. Ideaner kennen keinen Schmerz. Ja, wie gesagt, Ideaner kennen keine Kopfschmerzen. Ja, ich komme jetzt auch öfter so mal so Fortnite-Videos vor mir und auch so mal so Welte, also sowas, wo ich einfach gar nicht spiele, wo ich einfach winke. Ich mache jetzt auch mal so mehrere Teils und dann, also mache ich das nachher, also mache ich irgendwann mal, weil ich jetzt, wenn Season 2 draußen ist, ja, wenn es wieder ein neues Update gibt, Season 2, ja, also Season 12 kann man sagen, aber Season 2, ja. Dann, ähm, werde ich die ganzen Clips von Season 1, also da vor, also, äh, beispielsweise noch, äh, 5 Minuten, dann beginnt Season 2, ja, das Update. Okay, dann mache ich diese 2 Minuten noch schnell, ähm, Videos, also die, die Clips, Speicherstand alle, habe ich ein bisschen geflext, ähm, und, ähm, ja, und dann halt, dann mache ich halt einfach dann die Clips und nach halt danach das Update, oder vielleicht vielleicht auch noch vor das Update, wenn es auch noch dauert, ein bisschen, äh, ja, dann mache ich halt die ganzen Links, da zeigen, dann mache ich halt die ganzen Clips, zeigen wir, dass wir uns auch immer an Season 1 noch erinnern werden, an Season 11. Mal gucken, Leute, oh, da hat einer auf uns gesniped, da war einer, hat der Luca easy geholt, da habe ich mir die Sniper gegönnt, Da habe ich gefragt, ob Luca noch ein bisschen Snipermonie hat, da hat er gesagt, nein, hat nicht mehr, hat er selbst noch keine mehr, dann hat er mir doch noch eine Snipermonie, also ein, äh, eins gegeben. Nachher guckt mir auch Luca zu, weil ich dann sterbe, wegen die komischen Hacker da, hat er mir noch einen Schuss gegeben, weil er mehr hatte wirklich nicht mehr. Ich habe immer noch einen Lau geschossen, der hat nicht gehackt, nur die anderen haben gehackt, und wie gesagt, ich konnte dann da wieder nicht bauen, und dann Applaus, und das Scheißabbild. Dann war ich halt am Arsch. Gleich kommt das Video auch erst morgen raus. Ich kann auch sagen, weil ich heute, wie gesagt, ein bisschen Kopfschmerzen habe, und ja, habe ich keinen Bock, noch zwei Stunden daran zu hängen beim Schneiden. Ja, Leute, da haben wir uns verkennt, kann man mal ein bisschen vorspulen, haben wir uns verkennt, gibt das auch nichts mehr, so war ein Controller leer, so. Aber ich bin noch mal ein bisschen zurück, so, dann geht's weiter, also da ist gar nichts passiert, haben wir einfach nur ein bisschen gekämpft, und wartet vielleicht, bis einer neu startet, aber jetzt gar nichts mehr. Ja, ich komme ja auch zu die Hacker, da und dann ist es wieder auf dem Ende. Da musste ich das bauen, das hätte ich falsch angebildet, da ging das Bauen auch noch, mancher ist das Bauen einfach so scheiße bei mir. Liegt doch vielleicht am Internet. Da lebten noch sechs Leute. Das war eine gute Runde. Nee, oder? Nee, doch, sechs Leute, doch doch. Sechs Leute. Sechs Leute noch, Leute. Wir haben leider nicht ganz so einen Hörfall, wie gesagt, am Ende Hacker waren, aber sonst hätten wir jetzt easy, easy win wohl. Und da war schon Geschüsse, und da kommt jetzt das Ende. Luca, wir sind jetzt am Ende, ja? Fast am Ende, ja. Äh, nee, wir sind gerade am Feinden, mit die anderen. Gerade am Feinden, also. Da schieße ich auf die. Da sagst du ja, ja, unten ist auch noch einer, schieße auf der unterste. So, dann gehe ich da hin. Ja, Luca geht da hin, Luca baut sich schon mal hoch. Und da mache ich den Hit. Den roten, da. Da ist der rote, dann mache ich den erst mal keinen Hit. Den mache ich dann Hit. Zack. So. Und guck mal, pass auf, hier ist Leute. Pass auf. Pass auf jetzt. Guck mal, ich mach den. So. Bauen. Guck mal. Jetzt pass auf. Will bauen. Zack. Geht nicht. Guck, und das, der lila ne Bauchenhacker. Pass auf jetzt. Pass auf. Guck mal, er will mich. Pass auf jetzt, er killt mich. Genau. So, jetzt gucke ich Luca zu. Und jetzt passt mal gleich auf. So, da ist jetzt Luca. Knack unter sich Luca, XD. Pass auf, jetzt habe ich kurz geguckt. Da sind noch vier Leute. Vier Leute noch. Ja, vier Leute. Pass auf jetzt. Er lädt nach. Schon mit Raketenwerfer. So ein, da unten. Guckt Leute. Geht ihr den da unten? Da, der. Guck, pass auf jetzt. Das war jetzt gemein. Jetzt hat er nicht mal viel Leben. Jetzt passt es auf. Das war echt gemein. Guck mal. Er will bauen. Pass auf. Und das bauen geht auch nicht. Guck mal, er schießt ihn an. Guck mal, er schießt ihn nochmal an. Und. Da war einfach gar nichts. Guck. Guck. Der will bauen. Und er baut nicht. Wie bei mir. Wie bei mir. Okay, Leute. Das war das Ende. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like, wenn ihr noch mal habt, ihr mich gefreut. Und warte, ich ziehe euch nochmal kurz den Kopf heraus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like dann noch mal hoch. Hätte mich gefreut. Ja, ich weiß nicht, ob das morgen das Video rauskommen wird oder sogar noch heute. Ob ich das heute was mache, weiß ich nicht. Ja, muss ich gucken, Leute. Und ja, ich würde sagen, entweder kommt es heute oder morgen raus. Ich muss gucken, weil ich Kopfschmerzen habe. Und ich würde sagen, Leute. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like dann noch mal hoch. Hätte mich gefreut. Ja, wie gesagt. Abonniert immer. Abonniert mich. Und schaltet die Glocke an. Und ihr natürlich keine Videos mehr von mir verpasst. Und ja, will der Luca noch irgendwas sagen? Alles klar. Will er auch noch Werbung für seinen Kanal machen? Ja, genau. Kann ich machen. Ja, auf jeden Fall. Wie heißt du? Wolfgamer02, ne? Genau. Leute, abonniert alle den Wolfgamer02. Das ist der liebe Luca. Ja, alles zusammengeschrieben. Wolfgamer02, Leute. Und ich würde sagen, ich bin raus. Euer Marcel. Ciao. Peace.